Ich bin nur ein Überspannungsschützer, der seine Arbeit macht. Name? Barrow Croft. Den Namen? Kandale Reif. Und woher kommen Sie? Ah, Pac-Man. Und führen Sie Obst bei sich? Nein. Nein, kein Obst. Na schön, und wo kommen Sie hin? Ah, zu Fax und Felix Junior. Irgendetwas anzuwählen? Das höre ich oft. Weiter gehen.